So, heyo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Undertale. Im letzten Part haben wir hier in Heutland ein bisschen weiter was erkundet und aufgrund eines sehr ärgerlichen Missklicks von mir... ...aufgrund eines sehr dummen Missklicks von mir habe ich leider das Snowman Piece gegessen. Warum auch immer ich... warum auch immer das überhaupt passieren konnte, ich weiß es nicht. Sehr merkwürdig das Ganze, okay. Etwas spinnenartig wirkt es hier. Au! Uh! Hast du gehört, was sie gerade gesagt haben? Sie haben gesagt, ein Mensch mit einem gestreiften Shirt würde kommen. So viele Spinnen hier. Ich hörte, dass sie Spinnen hassen. Ich hörte, sie lieben es, auf sie draufzutreten. Hm. Ich hörte, sie reißen ihnen gerne die Beine aus. Wow. Das ist ziemlich lang. Ich hörte... Sie sind außerordentlich geizig mit ihrem Geld. Au! Du denkst, dein Geschmack ist zu kultiviert für unser Gebärk, nicht wahr? Au! Diese Hinsicht kann ich dir nicht durchgehen lassen. Ich denke, dein Geschmack ist genau, was die nächste Charge braucht. Muffet hält dich gefangen. Muffet hält dich gefangen. Kicher hat amüsiert. Okay, das klappt scheinbar nicht. Auf jeden Fall, äh, hab ich da mal so ne... Ich denke, lieber steht dir besser. Ah, hu, hu, hu. Was ist das eigentlich? Ja, auf jeden Fall kann ich das noch mal kurz erzählen. Äh, da wurde halt in so einer Quizshow gefragt, haben... Wie viele Augen haben Spinn? Ja, ach, das hat der Kandidat richtig beantwortet. Aber dann wurde er nach einer Begründung gefragt. Und er meinte ja so, ja, eins an jedem Bein. Das fand ich irgendwie witzig. Du bist in einem merkwürdigen Dienerwarn im Netz gefangen. Oh, nein. Okay, wir bezahlen mal 10 Gold. Du bezahlst 10 Gold. Muffet verringert ihren Angriff für diese Runde. Warum so blass? Du solltest stolz sein. Ach, so ein Kampf wird das also. Ich seh schon. Alle Spinnen klatschen zur Musik. Ah, ist hier mehr so rücken. So, ob ich jetzt 20 Gold bezahle. Muffet lacht laut und klatscht. Stolz, dass du einen leckeren Kuchen abgeben wirst? Ah, hu, hu. Meine Güte. Reg dich ab. So, danach. Zwei Spinnen. Du tanzt synchron mit den... Ich kann scheinbar nur bezahlen, weil ich gehe nicht davon aus, dass ich fliehen kann. Ja. Bezahlen wir eben 40 Gold. Muffet verringert ihren Angriff für diese Runde. Dich gehen lassen? Sei nicht albern. Aber mehr werde ich jetzt nicht bezahlen. Das kannst du knicken. Warum? Warum sollte ich? Muffet räumt das Netz um dich herum auf. Oh, das ist aber nett. Ich versuche sie dann mal zu verschonen. So amüsiert, dass du einen Rabatt bekommst. Oh, cool. Deine Seele wird jede Spinne sehr glücklich machen. Wow, wow. Das war der erste Hit in diesem Kampf. Danach. Irgendwie wirkt das Thema wieder wie ein Remix. Okay, ich kriege einen Rabatt, aber ganz ehrlich, ich will dich mal verschonen. Oh, wie unhöflich von mir. Ich hätte fast vergessen, dir mein Haustier vorzustellen. Es ist Fütterung, seid nicht da. Viel Spaß, ihr beiden. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Alter. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hä? What's going on here? Alter. Was zur Hölle? Alter. Was ist... Den Hotdog? Alter. Die Person, die uns vor dir gewarnt hat. Alter, das ist... Also... Muffin, übergieß dich mit Spinnen. Oh mein Gott. Uns wurde eine Menge Geld für deine Seele angeboten. Oh, das ist aber ein bisschen unmoralisch. Geld ist doch nur eine Illusion. Das wissen wir doch alle. Boah, also wenn jetzt nochmal dieser Angriff mit ihrem Haustier kommt, dann bin ich Matsch. Sie hätten so ein süßes Lächeln und... Ahu. Oh Gott. Nein, nein, nein. Hau ab. Du Sau. Oh. Boah. Aha. Jetzt sollte ich also ein Croissant werden, wie mir die kleine Spinne mitteilt. Sehr interessant. Ich esse den Zimthasen. Ist komisch, aber ich schwöre, ich habe sie ihre... Äh, ich habe sie ihre Form ändern sehen. Okay. Es wird wieder ein bisschen um mich herum aufgeräumt. Das finde ich sehr schön, wenn man hier ein bisschen hinterher räumt. Oh, es ist Essenzeit richtig und ich habe vergessen, mein Haustier zu füttern. Ach nein. Bitte nicht schon wieder. Das ist... Das ist... Das ist un... Das ist unglaublich scheiße da... Ach nein. 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 Habt ihr eine ungefähre Vorstellung davon, wie schwer das ist, hier auszuweichen? Ihr müsst die ganze Zeit beständig nach oben. Ganz ehrlich, ich glaube, in dem Punkt ist es am... Ach so, warte. Ha, ich bin ja tot. Ach, jetzt darf ich... Ja, Moment. Ich habe ja... Ich werde... Ich restarte hier. Gut, okay. Na, in dem Fall gibt es dann sowieso keine Chance mehr, dass ich den Hot Dog zurück... Also, äh, den Hot Dog? Warum? Das Snowman Peace zurückbekomme und wenn das der Fall ist, dann... Naja. Dann war das ein sehr dummer Missklick, der mir jetzt wahrscheinlich einen kleinen Teil Side-Story versaut hat, aber... Nur weil ich zu inkompetent war, das Ding in die Dimensional Box zu packen. Also, sehr selbstverschuldet. Tut mir leid, Leute. Da kann ich hier jetzt auch speichern. Wenn ich eh nicht dahin zurückkomme, dann... Dann halt nicht. Dann muss ich mir das eben im Internet angucken, wie das läuft. So. Was mit dem Snowman Peace passiert wäre? Ich habe mir nur sagen lassen, dass da irgendwie am Ende dann noch so eine kleine Side-Quest zukommt, etc. pp. Und die hätte ich schon gerne mitgenommen, ehrlich gesagt, aber wenn es jetzt eben nicht ist, dann ist eben nicht. Ne? Ein zweifellos geiziger Mensch, hast Spinnen. So, Muffet. Kämpfen will ich natürlich nicht, aber ich verschone dich immer von Anfang. Schau nicht so traurig, mein Liebes. Ja, hier kann ich sowieso nicht ausweichen. Ich denke, Lila steht dir besser. Ah, huhu. So. Danach kommt erst mal eine Spinne. Warum so blass? Du solltest stolz sein. Worauf? Ich werde in einem motherfucking Kuchen enden. Und damit meine ich nicht den YouTuber. Alle Spinnen klatschen zur Musik. Und alle Spinnen klatschen zur Musik. Stolz, dass du einen leckeren Kuchen abgeben wirst? Ja, du beantwortest gerade meine Frage. Das finde ich natürlich sehr zuvorkommend von dir, Muffet. Aber das ändert nichts daran, dass ich trotzdem nicht allzu begeistert von deinem Angebot bin. So. Dich gehen lassen? Sei nicht albern. Hier kann man ja wenigstens noch ausweichen. Aber bei diesen... Boah, Gott, das andere... So, die Spinne möchte also den Donut essen. Wie sie mir auf ihrem Schild mitteilte. Deine Seele wird jede Spinne sehr glücklich machen. Da, 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 da. Muffet räumt das Netz auf. Sehr schön. Oh, nein. Aber ganz ehrlich, ich glaube... Ich hab... Ich hab irgendwie gesehen, dass wenn ich von dem Haustier gehittet werde, dass das scheinbar nur zwei Punkte Schaden macht. Und wenn das der Fall ist, dann... Und wenn das der Fall ist, dann werde ich mich jetzt einfach direkt vom Haustier hitten lassen. Denn ich glaube, dann ist der Angriff vorbei. Ach, nein, nicht. Okay, 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 okay. Alles klar. Und hierfür nehme ich sogar mal den Stick. Wow, 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 wow. Hau ab, hau ab. Alter. Mit dem Stick geht dieser Angriff ja mal richtig gut. Die Person, die uns vorhin gewarnt hat... Ja, da, 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 da. Diesem Angriff wiederum... Ich werde mit Spinnen übergossen. Nein, wie lecker. Den Hotdog habe ich mal kurz gegessen. Snackt. So, diesem Angriff auszuweichen geht ja wirklich noch klar, aber... Äh, mit den... Wenn die Spinnen so ununterbrochen kommen, dann... Und so unglaublich schnell. Und hier dieses Croissant. Ha. Was sich da einfach reinschleudert. Das ist aber auch wieder ein Remix von irgendeinem Thema. So. Ach Gott, Alter. So. Ausgewichen. Ha. Alle spinnen, klatschen zur Musik. Oh, es ist Essenzeit. Richtig? Und ich habe aber vergessen... Ha. Screw you. Muffet. Das ist echt scheiße uncool. Weißt du das? Okay. Jetzt heißt es alles oder nichts. Risk everything. Oh, mein Gott. Hotcat. Und ich bin geheilt. In diesem Geld können die Spinnenclans endlich wieder vereint werden. Man, screw you. Nicht, wenn du mich töten musst. Kannst du nicht... Kannst du nicht einfach einsehen, dass ich nicht kämpfen möchte? Oh. Soll ich jetzt so... Nee, ich will jetzt... Ich will kein Geld bezahlen. Nee. Weil das führt einfach scheinbar zu nichts. Wir verschonen sie weiter. Hast du das nicht gehört? Spinnen waren über Generationen in den Ruinen gefangen. Und da gibt es bis heute eine kleine Bäckerei. Oh Gott, ey. Ja. Selbst wenn sie unter die Tür gehen, Snowdens fatale Kälte ist unpassierbar. Na gut, diesem Angriff auszuweichen ist noch sehr gut möglich, wenn man nur die Konzentration behält. Das kannst du ruhig weitermachen. Das ist sehr easy. Aber mit dem Geld für deine Seele können wir uns eine beheizte Limo mieten. Ich hasse so eine Angriffe. Ey, ich muss jetzt einfach mal risken. Und mit all diesen Überbleibseln, wir können einen schönen Urlaub haben. Oder könnten sogar ein Spinnen-Baseballfeld bauen. Oh nein. Nein. Maffet. Boah. Konzentration ist angesagt. Boah. So. Ich bin mal wieder, glaube ich, gleich komplett abgebrannt. Aber genug davon. Jetzt halt zu essen, oder? Ach. Huhuhu. Ja. Alter, diesem Angriff auszuweichen. Ich weiß nicht, wie das Menschen möglich sein soll, das zu schaffen. Mein Gott. Na gut, dieser Angriff, den finde ich ehrlich gesagt, wenn man, also wenn man den mit dem Stick macht, dann geht er, dann geht er komischerweise echt, weil man mit dem Stick diese diagonalen Laufrichtungen irgendwie ein bisschen nachempfinden kann. Und dadurch geht er fast. Du lebst noch? Ahuhu. Oh, mein Haustier. Scheint, als wäre es Zeit für den Nachtisch. Hä? Ein Telegramm von den Spinnen in den Ruin? Was? Sie sagen, dass sie dich gesehen haben und du hast geholfen, dem du für ihren Zweck gespendet hast? Oh nein. Nein, das alles war ein großes Missverständnis. Ich dachte, du wärst jemand, der Spinnen hasst. Die Person, die nach der Seele gefragt hat. Sie muss eine andere Person in einem gestreiften Hemd gemeint haben. Entschuldige bitte all das. Ahuhu. Ich mache es wieder gut. Du kannst hierher zurückkommen, wann immer du willst. Ohne Gebühr. Ich wickele dich wieder ein und lasse dich mit meinem Haustier spielen. Ahuhu. Ich scherze nur. Ich werde dich verschonen. Muffet verschont dich. Du warst siegreich. Null XP und Null Gold. Ahuhu. Das hat Spaß gemacht. Man sieht sich, Liebling. Wurde ich wenigstens komplett geheilt. Nein. Oh, ich habe so eine Angst. Ich habe so eine Angst. Ich möchte speichern. Bitte, bitte, bitte. Oh nein. Nein. Es ist Metatons Plakat. Oh nein. Muffet? Da bist du ja, Liebling. Du bist in meiner Stube immer willkommen. Zeig dich einfach von deiner besten Seite. Ihhihihi. Oh Gott. Das bringt scheinbar nix. Alles klar. Ich möchte mich nochmal heilen. Oh mein Gott. Alter. Ich muss mal sagen, respektive war der schlimmste Angriff dieser Basisangriff mit den Spinnen. Du bist erfüllt von Entschlossenheit. Stand da gerade Entschlosenheit? Na, mag ja sein. Ne, es war wirklich Entschlossenheit. Du bist mit Entschlossenheit. Oh Gott. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das sehen möchte. Oh, dieser Mensch. Kann das sein? Meine einzig wahre Liebe. Och, Mann, nein. Mann. Oh, please. Oh, meine Liebe. Bitte renne weg. Oh, mein Lieb. Lauf fort. Sei still. Der König. Die ich hier nicht will. Menschen sollen Leben im Licht. Sie bringen Dich ins Verlies. Das wird blöd. Und dann stürbst du. So oft. Wie traurig. Du wirst sterben. Ach nein, wie romantisch. Heul, heul, heul. Traurig, dass es passiert. Oh Gott. An deine Sternschnuppe. So traurig. Es ist so traurig, dass du in den Dungeon gehst. Also, lebe wohl. Oh nein. Was soll ich nur tun? Meine Liebe wurde in den Kerker gesperrt. Wobei, er ist jetzt wieder in der Rolle drin. Ein Kerker mit einem Rätsel, das so bösartig ist, dass mein Geliebter sicher umkommen wird. Oh nein. Nein. Woher steh ihm bei? Bei dem fürchterlichen farbigen Kachelnabirint. Jede farbige Kachel hat ihre eigene fürchterliche Funktion. Zum Beispiel bedeutet eine grüne, aktivierte Kachel, dass Monster bekämpft werden müssen. Rote Kacheln, nun warte eine Sekunde. Haben wir das mit dem Rätsel nicht schon vor ungefähr 100 Räumen gesehen? Es stimmt, du erinnerst dich doch noch an alle Regeln, oder? Großartig, dann will ich deine Zeit nicht mit Wiederholungen verschwenden. Oh, und du beeilst dich besser. Falls du es nämlich nicht in 30 Sekunden schaffen solltest, wirst du von den Flammen eingeäschert werden. Ha 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 ha. Mein armer Liebster, ich bin so voller Kummer. Ich kann nicht aufhören zu lachen. Viel Glück, Schnucki. Ist gefallen. Irgendwas hat er gesagt. Boah, ich hab doch keine Ahnung, alter. Warte, 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 warte. Äh? Lo. Boah, wie. Oh Gott. Oh, es tut mir so leid. Sieht aus, als hättest du keine Zeit mehr. Da kommen die Flammen, Schnucki. Sie kommen näher. Noch näher. Oh nein. Gleich ist es soweit. Äh, höh, äh, höh. Ring. Pass auf, ich werde dich retten. Ich hecke mich jetzt in die Firewall. In die Firewall. Ah, wie witzig, Alphys. Oh nein, wie konnte das passieren? Ach ja, und wenn ihr euch fragt, warum ich ihn so vorlese. Ich sag, er hat ein Kleid an. Das ist seine Rolle. Erneut ein vereitelter Plan durch die geniale, äh, durch die geniale Dr. Alphys. Ich glaube, jetzt ist er wieder der normale Metaton außerhalb seiner Rolle. Das ist richtig. Komm schon, Metaton. Gib endlich auf. Du wirst uns nie besiegen können, solange wir zusammenarbeiten. Dein Rätsel ist vorbei. Nun geh ja nach Hause und lass uns in Ruhe. Rätsel? Vorbei? Alphys, Liebling, wovon redest du? Hast du vergessen, wofür die grünen Kacheln stehen? Sie machen ein Geräusch. Dann musst du ein Monster bekämpfen. Nun, Liebling, dieses Monster bin ich. Metaton greift an. Wir können entweder, wir können brüllen. Oder ihn verschonen. Wir verschonen einfach mal. Das ist es, Schnucki. Sage Adieu. Ist das dein Handy? Geh besser ran. Hey, das sieht übel aus, aber keine Sorge. Es gibt eine letzte Sache, die ich auf deinem Handy installierte. Siehst du diesen gelben Knopf? Geh in das Tatenmenü deines Handys und drücke den Knopf. Gelb. Du drückst den gelben Knopf. Das Handy reagiert auf Metatons Präsenz. Das ist es, Schnucki. Sage Adieu. Drücke jetzt Z. Oh ne. Alter, ist das geil. Bamadabadabam. Oh. Oh. Du hast mich besiegt. Wie kann das sein? Du bist viel zu stark, etc. Ring. Sieht aus, als hättest du ihn besiegt. Du hast dich wirklich gut geschlagen. Alles dank dir. Was? Oh nein, ich meine... Du warst derjenige, der alles gemacht hat. Ich habe nur ein paar blöde Programme für dein Handy programmiert. Hey, das ist alles. Ähm... Hey. Das mag sich seltsam anhören, aber... Kann ich dich etwas fragen? Bevor ich dich traf, habe ich mich nicht wirklich besonders gemocht. Ich habe mich lange wie eine totale Versagerin gefühlt. Als könnte ich nichts aus der Reihe kriegen, ohne... Ohne jemanden zu vernachlässigen. Aber... Dich zu leiten hat mich wieder besser fühlen lassen. Also danke, dass du mich hast helfen lassen. Ähm... Wie auch immer. Wir sind fast am Chor. Der kommt gleich nach der MTT-Zuflucht. Komm schon. Bringen wir es zu Ende. Ja, ich finde es auch wieder genial, wie viele Kacheln hier einprogrammiert wurden, obwohl man sowieso nicht bis zum Ende kommt. Ihr habt es gesehen. Wenn man da bis zum Ende kommt. Das sollte mich stark wundern. Wie kann ich das kaufen? Hey, du bist es wieder. Das Geschäft läuft klasse. Diese beiden Leute haben alle meine Eiscreme gekauft. Ich bin komplett ausverkauft. Entschuldige. Warte, ich habe noch etwas für dich. Ein großes Lächeln. Wie hört sich das an? Oh Gott. Ja, und was sagt ihr beide dazu? Oh, hey. Wir verschieben die Sache mit dem Töten auf ein anderes Mal. Aber Sago und Jüne nichts und so. Ja? Nein, ich. Er sieht glücklich aus. Ah, ist doch schön. Da haben sich doch zwei gefunden. Achso. Ah, hier war das? Und wo komme ich auf die andere Seite? Irgendwie sieht es so aus, als müssten wir weiter nach oben. Weiterer Fahrstuhl? Ja. Exakt. Hey, hey. Erinnerst du dich an meinen Namen? Erinnerst du dich? Nö. Was? Du erinnerst dich nicht? Wie konnte ich so einfach besiegt werden? Oh Gott. Das war wieder kind of weird. Kind of weird, though. Wir können ja nochmal kurz hier hochgehen und... Was zur Hölle? Okay, erstmal steht Sunstar. Hey, in der unheimlichen Gasse rechts gibt es ein paar tolle Angebote. Okay, da gehe ich gleich hin. Hey. Ich habe gehört, du besuchst den Chor. Wolltest du vorher mit mir etwas essen gehen? Später. Naja, viel Spaß da drinnen. Gut, erstmal möchte ich mal gucken, was hier so alles ist. Es ist nur eine gewöhnliche. Ich fühle mich ertappt. Ich fühle mich ein wenig ertappt. Okay. So, was steht denn hier? Okay, ich kann es nicht lesen. Hey, schau dich um. Ja, schau dich um. Okay, wir haben hier Junkfood. 17 EP. Ist etwas zäh. Eine leere Pistole. Kugeln nicht inklusive. Der Cowboy... Oh, der Mystery Key zu einem unbekannten Haus. Lol. So, was können wir denn verkaufen? Danke, aber wir brauchen nichts. Und so. Oh mein Gott, kannst du uns ein paar Glam Burger besorgen? Wir brauchen nichts, ehrlich. Warte. Ich zahle dir 1000 Gold, wenn du... Wenn Metatron meinen Hintern signiert. Äh... Ich bin Bretty und das ist meine beste Freundin, Catty. Und sie hat, glaube ich, dasselbe in grün gesagt. Das Zeugs drin ist total krass teuer. Aber das Zeugs, das wir finden, ist total krass günstig. Du solltest einfach total krass zuschlagen? Herkunft des Waren. Ich meine, wo bekommt man Waffen oder Essen oder... Wir haben es im Müll gefunden. Es ist guter Müll. Es ist wirklich guter Müll. Herkunft des Mülls. Wo wir den Müll herbekommen? Ja, im Schrottladen. Wo denn sonst? Meistens in Waterfall. Ich habe eine Pistole in einer Mülltonne gefunden. Über Metatron. Oh mein Gott, Metatron. Er ist wie... Mein Roboter-Gatte. Ich denke, wir werden... Wir sind beide praktisch bereits mit ihm verheiratet. Äh... Naja... Er... Naja, weiß es nur noch nicht. Herkunft von Metat... Herkunft von Metatron. Also, Dr. Elvis hat Metatron gebaut, richtig? Das ist, was man so erzählt. Aber Metatron verhält sich immer, als wäre seine Konstruktion irgendwie seine Idee gewesen. Und selbst nachdem er gebaut wurde, verhielt er sich, als wäre Elphys, eine alte Freundin. Aber sie sind keine Freunde mehr. Ja! Nicht wie John Brady. Beste Freunde für immer. Über Metatron. Alt? Oh mein Gott, Metatron. Achso. Moment, können wir uns kurz durchklicken? Über Elphys. Oh mein Gott, Elphys. Sie lebte mal an unserer Straße. Sie war wie eine große Schwester. Ich meine, wenn dich deine große Schwester auf Ausflüge zur Müllhalde mitnimmt... Sie hat uns die coolsten Orte zum Müll sammeln gezeigt. Sie hat immer diese komischen Cartoons gesammelt. Dann wurde sie die königliche Forscherin. Ja, wir haben sie schon ewig nicht mehr gesehen. Königliche Forscherin. Also, Elphys hat immer gedacht, Eskor wäre super süß. Also, ich bin mir sicher, sie hat Metatron gebaut, um ihn total zu beeindrucken. Ein Roboter mit einer Seele. Das ist wirklich super relevant für seine Hobbys. Nachdem Eskor Metatron sah, wollte er, dass sie all das Forschungszeug für ihn erledigt. Aber niemand hat bisher irgendetwas von ihr gesehen. Oder zumindest sie... Sie muss wirklich den ganzen Tag im Labor bleiben. Sie lebt wie ein kleines Mädchen. Ja, genau wie wir. Über Eskor. Oh mein Gott, er ist ein großer pilziger Doofkopf. Er ist ein totaler Trottel. Ich liebe diesen Typen. Er ist irgendwie so nett. Gott, wir sind irgendwie so Hype auf die Zerstörung der Menschheit. Oh Gott. Okay, lass mal kurz gucken. Ich will das eigentlich nicht unbedingt kaufen. Aber das Junkfood, ein bisschen Heilung, wäre nicht schlecht. So. Gehen, wir gehen mal. So. Wir können ja auch später nochmal da hingehen. So, Sons. Kann ich hier schon rein? Willkommen in der MTT-Zuflucht. Hotlands größtes zimmerbauendes Hotel. Selbst wenn sie nur eine Nacht bleiben, garantiert die MTT-Zuflucht gute Erholung. Wir gehen nur durch. Sie gehen nur durch. Toll. Die MTT-Zuflucht ist bekannt, dass Leute hier durchgehen. Achso. Ach, sie gehen nur durch. Hey. Ich hab gehört, du bist aus dem Core. Möchtest du vorher mit mir was essen gehen? Ja, klar, mein. Wunderbar. Danke, dass du mich versorgst. Hier drüben. Ich kenne eine Abkürzung. Lass jetzt mal mit Sons was essen gehen. Nun, da wären wir. Also, deine Reise ist fast vorbei, wie? Du musst wirklich nach Hause wollen. Hey, ich kenn das Gefühl, Kumpel. Dennoch. Manchmal ist es besser, bei dem zu bleiben, was man dir gibt. Hier unten hast du Essen, Trinken, Freunde. Ist das, was du tun musst, wirklich die ganze Sache wert? Ach, vergiss es. Ich zähl auf dich, Kind. Hey. Lass mich deine Geschichte erzählen. Ich bin ein Wachmann im Snowdenwald, richtig? Ich halte aus schon nach Menschen. Es ist langweilig. Doch glücklicherweise gibt es tief im Wald eine riesige verschlossene Tür. Das ist perfekt, um Klopf-Klopf-Witze zu üben. Eines Tages haue ich sie wieder wie üblich heraus. Ich klopfe auf die Tür und sage Klopf-Klopf. Und plötzlich, von der anderen Seite der Tür, höre ich die Stimme einer Frau. Wer ist da? Also sage ich wie gewohnt, Feuer. Feuer wer? Wo brennt es? Dann bricht sie ein Gelächter aus. Als wäre es der beste Witz, den sie in den letzten Jahren hörte. Also mache ich einfach weiter und sie lacht weiterhin. Sie ist das beste Publikum, das ich jemals hatte. Dann, nach einem Dutzend Witze, klopft sie an die Tür. Klopf-Klopf. Ich sage, wer ist da? Disco. Disco-Wer? Disconnected? Wow. Ich brauche wohl kaum zu sagen, dass diese Frau extrem gut war. Wir haben uns gegenseitig für Stunden Witze erzählt. Irgendwann musste ich dann gehen. Papyrus tut ohne seine Gute-Nacht-Geschichte recht launisch. Aber sie erzählte mir, ich solle wieder vorbeikommen. Und das tat ich. Und dann wieder und wieder. Es hat jetzt System. Wir erzählen uns schlechte Witze durch die Tür. Und es ist super. Eines Tages fiel mir jedoch auf, dass ich kaum lachte. Also fragte ich sie, was denn los sei. Dann erzählte sie mir etwas Seltsames. Wenn jemals ein Mensch durch diese Tür kommen sollte, kannst du mir bitte etwas versprechen? Pass auf ihn auf und beschütze ihn. Eigentlich hasse ich es, etwas zu versprechen. Und diese Frau, ich kenne noch nicht mal ihren Namen. Aber jemand, der schlechte Witze über alles liebt, hat eine Rechtschaffenheit, bei der man nicht Nein sagen kann. Verstehst du, was ich damit sagen möchte? Das Versprechen, das ich ihr gegeben habe. Weiß das, was passiert wäre, wenn sie nichts gesagt hätte? Kumpel. Du wärst zu dem Zeitpunkt. Bereits tot. Hey, bleib locker, Kumpel. Ich mach nur Witze. Außerdem hab ich dich bei deinem Schutz nicht gut geschlagen. Ich meine, sieh dich nur an. Du bist sicher mal gestorben. Hey, was soll dieser Blick denn bedeuten? Liege ich falsch? Ja, schon ein bisschen sans. Hä? Nun, das ist alles. Pass auf dich auf, Kind. Denn jemand sorgt sich wirklich um dich. Das war wieder kein Dieb. So ein bisschen zumindest. Ich möchte mal hier kurz mit allem reden und dann... Können wir ja für heute auch mal Ende machen. Als ich hierher kam, stellte ich fest, dass ich nicht reserviert hatte. Aber ich wollte mir nichts anmerken lassen, also ging ich weiter. Jetzt bin ich nur dabei, Tau von diesem Benjamini zu essen. Okay, scheint überall dasselbe zu sein. Es ist eine Ruhmeswand, voller Zitate und Fotos, besuchender Promis, für das Essen... Für das Essen sterbe ich, hinreißen, Stil und Duft. Mein Gesicht schmeckt toll. Das ist alles von Metatron. Irgendwer hat das hier so eine leichte Barmuss wäre. Eine Fernsehsendung mit Metatron, okay. Es ist ein Auftrittsplan. Comedians, Tänzer, Sons, im Moment ist eine Pause. Früher haben wir Labyrinthe und Rätsel erschaffen, um Angriffe zu vereiteln. Aber jetzt ist es ja eine schlimme Tradition, kurvig und verwirrend zu bauen. Ganz keine zwei Meter laufen, ohne von Kopf bis Fuß in Rätsel zu stecken. Ich arbeite im Chor, das Innere ist ein Labyrinth aus tauschbaren Teilen. Das bedeutet, wir können die Räume anordnen, wie es uns gefällt. Junge, heute war ein toller Tag. Ich liebe Rätsel. Ich bin ja der Comedian, ich bin sehr witzig. Die Leute lachen über meine Witze, aber mein Sohn. Er wollte genau wie sein Vater ein Comedian werden. Ach, das dann. Ach, der Snowdrake. Aber seine Witze, sie sind nicht witzig. Er macht furchtbare Wortwitze. Er bestimmt unsere Familie. Hahaha, das ist nicht witzig. Seit seine Mutter starb, konnte er einfach nicht mehr zu Hause leben. Also ist er weggerannt. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Ich bin ein furchtbarer Vater. Aber das ist nicht witzig. Das war so der Snowdrake. Das war jetzt irgendwie wieder sehr deep. Blub, blub. Sie müssen einen Tisch reservieren, um hier zu essen. Sie müssen ihren Stuhl, ihr Silberbesteck, ihr Essen, ihr... Okay. Gegenscheinbar nicht ganz weiter. Und dann sind wir wieder hier. Alles klar. Dann würde ich sagen, speichern wir erstmal die entspannte Atmosphäre in diesem Hotel. Erfüllte ich mir eine Schlossenheit. Hotelempfang. Dann haben wir gespeichert und ich würde sagen... Der Boden ist nass. Oh, schön duschen. So Leute, dann würde ich mal sagen, das war es für heute. Erstmal mit Let's Play Undertale. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Part. Ich hatte sehr viel Spaß, vor allem, weil es mir wieder ein bisschen zurück ins Ernste ging. Ich genieße das wirklich, weil Hotline war wirklich ein Krampf. Das war... Versuchte viel zu krampfhaft lustig zu sein, fand ich. Und jetzt wieder mal einen Rückschritt ins Ernste. Finde ich sehr, sehr gut. Also. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr euch auf den nächsten Part folgt, wenn wir uns die MTT-Zuflucht mal ein bisschen genauer ansehen werden. Und bis dahin. Ciao Leute. Ciao Leute. Ciao Leute. Ciao Leute. Ciao Leute.